Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee und Steam Summer Sale hat angefangen. Viele tolle Angebote. Ich habe mich dafür entschieden, weil es einfach super süß aussah und spannend klingt. Und wir schauen einfach mal rein. Äh, was? Das ist ja schwierig. Ich würde mal das hier nehmen, ist die Mitte, oder? Oh, das passt so. Oh, das ist ja schwierig. Das bin ich. Okay. Okay, habe ich das nicht nochmal auf einer anderen Taste? Das ist aber schnell. Lass uns das mal langsamer machen. Sprinten. Sprinten. Kämpfen. Einen Augenblick. Wunderbar. Okay. Welche Richtung? Oh, wer bist denn du? Hallo? Ich bin hier! ine Augenblick. Ich hier auf bin! 收st. Hm. Soll ich in das Wasser oder sterbe ich in dem Wasser? Er schwimmt? Okay. Hallo. Oh. Da stand grad irgendwas. Was löse ich damit aus? Oh. Da stand wieder was. Was ist das nur? Oh je. Da ist jemand. Hallo. Bist du nett oder bist du böse? Ich weiß nicht. Oh je. Okay. This is my home. My village. Turn back. Spirit guide. Okay. 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 Oh, Jesus. Oh, woke ich. Hm. Ich hab mich sie. Komm. Oh. Ich hab mich wel zu Went Caoen dealing! Wah! какер- zu nehmen, ich hab mich. Aus mir lang das Spiel zu handle. Ihr har dues corresponds. Aw, Papa. Und jetzt? Okay, was ist das? Aber das bleibt an. Das ist die eine Hälfte von dem Tor. Okay. Gibt es noch ein bisschen mehr Input? Nee. Was spielt er vielleicht? Wir gehen mal hier durch, oder? Es gibt kein Inventar, so können wir nicht wirklich irgendwas sammeln. Hier scheint was zu fehlen in der Mitte, oder? Okay. 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 wo sind wir hergekommen aha jetzt scheint wieder da was speichert er dann oder wie also es gibt bunte lichter es sieht wunder wunder hübsch aus müssen kämpfen gefällt mir bisher ein bisschen mehr input hätte ich gern ja ich glaube das ist speichern immer hallo sehe ich jemand ok Okay. Ich muss erst mal uns hier umgucken, ausfüllen, was hier los ist. Das ist ein bisschen blöd. Schicksal. Schöne jemanden? Ach da? Hallo? Ich habe ihn hier irgendwo gesehen. Sie sind ja knuffig. Ich habe ihn nicht gesehen. 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 Oh, ist der goldig. Boing. Finde die Rott. Suche nach weiteren Rott in der Gegend. Okay. Wie finden wir die? Wie finden wir die? Hier? Hallo. Das ist ja meiner. Hä? Hä? Wer soll ich die denn finden? Da sind wir ja hergekommen, ne? Finde mehr in der Gegend. Ja? Ja? Ja. Aha! Hallo! There she is! Run! Fünf Stück. Okay. Ist das vielleicht doch deutsch vertont? Sprache aus wie deutsch. Ne, ich hab's auf deutsch. Okay. Na gut, dann mit Untertitel. Von wo sind wir gekommen? Ja, ich hab's auf deutsch. Ja, ich hab's auf deutsch. Ja, ich hab's auf deutsch. Hallo! Wachspilze? Wachspilze? Da drüben! Hallo. Hihi. Hallo. Hihi. Lass tanzen. Hä? Hä? Warum geht das nicht? Tanzen. Braucht sie mich. Wir brauchen noch ein paar, oder? Ja? 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 Das war wohl der Lame. Okay. Da ist noch eins. Hallo. Okay. Was ist der? Was ist der? Was ist der? Was ist der? Oh. Ach so. Oh. Okay. 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 Gegner erschrecken, die rott. Okay. Ruttropfen können sich in der Welt bilden. Uh-huh. 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 Kann ich mich irgendwie heilen? Was soll ich denn da machen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Was macht man falsch, Süßen? Was macht man falsch, Süßen? Ich schicke nicht, was ich machen muss. Was macht man falsch, Süßen? Ja, ha. Und dann? Aha, also doch muss dieses Neuner-Ding hier einfach machen. Ja, okay. Alles klar. Ja. 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 Zwei zielen. Lass uns erst mal gucken, wo wir hier hin müssen. Was ist das? Achso, die essen das. Okay. Warte mal, was war denn das hier? Ah, hier muss der Stein hängen. Okay. So, dann bitte einmal anheben. Äh. Dahin. Hihi. Okay. Und absetzen. Warte. Ka-chinga. So, is das hier? Okay. Asup. Aha. Irgendwas, irgendwas, was meinen Stab aufgeladen hat. Wie süß hat er dem die Nase noch geputzt. Oh, okay. Okay. Plümms. Was ist das hier? Und runter. Ich will aber erst hier nochmal gucken. Guck mal, hier war was. Was ist das? Okay, move that for me. Hä? 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 Das reicht nicht. Hier soll der Stein hängen? Wie sollen die das machen? Right there. Im Ernst? Ist ja aber logischerweise... Oh, den können wir hier nicht hin. Wo sollen die das denn hin tun? Hä? 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 Ich weiß nicht. Oh, hier ist wieder so ein Gedöns. Ich hatte irgendwie auf ein bisschen mehr Story gehofft, muss ich ehrlich sagen. Oh, you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Death and corruption are all that remain here. This land can be healed, but you cannot stay here, Spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. What are you doing? Spross. Okay. Eieiei. Eieiei. Ah, okay. Okay. Okay, parieren. Das funktioniert hier. Einmal frei. Richtig geil intuitiv. Was? Das ist... Vielleicht sage ich, das ist zu früh ein bisschen easy. Haha. Hallo? Was? 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 Also, it matters even if we have him. It is very lazy so that we do can'tWhere go is, we are not visible from the right here in the forest. Gute Frage. Ich bin für den sacreden Mauten-Shrine. Kannst du mich da hinnehmen? Aha. Wenn du in der Mauten-Shrine gehst, musst du uns mit etwas zu helfen. Aha. Unser Bruder Taro war tief in der Wurz. Wir brauchen dich, um ihn zu helfen. Na klar. Great idea, Saya. Das wird einfach für sie. Siehst du, was sie mit dem Stick-Guy gemacht hat? Hilf uns für Taro und wir brauchen dich, um ihn zu versuchen. Okay. Komm schon. Unsere Stadt ist hier. Oh, warte. Alles klar. Hier lang. Ach, das war das Intro. Okay. Ich glaube, ich mag das irgendwie. Jetzt haben wir eine Map. Aha. Okay. Scham. Okay. Cool. Das ist ja süß. Es gab einen Fotomodus. Können wir für Fokus. Einmal lächeln. Okay. Was wollte ich? Ich wollte gucken, wie lange wir aufnehmen. Wir nehmen auf. 43 Minuten. Okay. Dann würde ich sagen, für die erste Folge... Ups. So rum. Für die erste Folge war es das erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe Lust. Ich gehe jetzt ins Dorf. Schau mir das an. Ich nehme natürlich weiter auf. Das ist mega knuffig und irgendwie total schön. Guckt euch das an, wie schön das ist. Und diese Kämpfe sind recht intuitiv. Es ist nicht so schwer. Schauen wir mal, wie sich das noch so entwickelt. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bye-bye. Hallo, ihr Süßen. Hallo, ihr Süßen.